Fünf Produkte, die ich mir immer wieder nachkaufe und die extrem günstig sind. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt im Moment so einen ganz besonderen Trend im Internet, der besagt, dass man ein paar Produkte raussuchen soll, die man sofort, ohne wieder drüber nachzudenken, nachkaufen würde. Sollte man seine Tasche verlieren, sein Schwingtisch sollte vom Erdboden verschluckt werden oder sollte irgendwas passieren, dass du kein Make-up mehr hast. Aber unbedingt wieder Make-up brauchst. Und ich habe überlegt, was sind so fünf Produkte, die ich mir kaufen würde oder wieder kaufen würde, wenn ich sie nicht mehr hätte, aber trotzdem ein schönes Ergebnis haben möchte. Und ich glaube, das könnte ganz interessant sein, weil ich euch zeige, wie ihr Produkte, die ihr vermutlich schon zu Hause habt, einfach auch nochmal ein bisschen Zweck entfremden könnt, sodass wir nicht ganz ein Full-Face-Make-up haben, aber trotzdem ein sehr schönes Ergebnis haben werden. Und deswegen habe ich mir hier ein, zwei, drei, vier, fünf Drogerie-Produkte rausgesucht, die günstig sind und mit denen ihr sehr, sehr viel anstellen könnt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Ich bin ehrlich, ich kann nicht mehr. Ich habe seit Freitag 19 Uhr bis heute Sonntag 10.40 Uhr 17 Videos, 28 Bilder, drei YouTube-Videos und Haushalt gemacht. Und ich bin fix und fertig. Ich habe eine sehr, sehr große, ganz, ganz tolle Kampagne noch ganz spontan am Freitag bekommen, die ich unbedingt machen wollte, weil ich darauf so Lust hatte. Und das war sehr, sehr viel an Content-Pieces, die ich gemacht habe. Und ihr kennt mich, ich will es natürlich schön haben und ich will, dass es gut ist. Und deswegen habe ich wirklich das ganze Wochenende durchgedreht und durchgequatscht und durchgesammelt. Und falls ich hier ein bisschen verwirrt sein sollte, jetzt wisst ihr warum. Aber ich hoffe, ihr hattet zumindest ein schönes Wochenende. Ihr seht es, ich habe auch schon eine Base drauf. Ich trage heute die Perfect Match Foundation. Ich muss sagen, ich finde die im Moment extrem gut. Ich habe mir die jetzt nochmal in einer anderen Farbe gekauft, in 4N. Die ist neutral, ist ein Stückchen zu dunkel im Moment für mich. Ich mache da einfach wieder meine Whitening-Drops rein, dann passt das. Und die hat ein extrem schönes Ergebnis. Gerade weil sie diesen goldenen Schimmer mit drin hat, wirkt sie nicht so fahl, obwohl sie recht mattiert aussieht. Deswegen Base habe ich schon drauf. Einfach nur, dass ihr es einmal gehört habt, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und das habe ich lange nicht mehr gezeigt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich das Produkt rauf und runter gezeigt habe. Und ihr wisst es, ich bin ein großer Freund von Bronzer. Und ich finde, man kann mit Bronzer schon sehr, sehr viel machen. Und wenn ich überlege, welchen Bronzer gibt es schon sehr, sehr lange in der Drogerie? Und das ist natürlich auch immer ein Zeichen dafür, dass Produkte sehr gut sind. Weil, ihr müsst wissen, die Drogerie ist ein sehr umkämpfter Markt. Jeder Millimeter in der Theke kostet Geld. Und wenn da ein Produkt drin ist, was nicht funktioniert, im Verhältnis zu anderen Produkten, wird es ausgelistet. Weil einfach dafür ein anderes Produkt hinkommen könnte. Und diesen Bronzer von Rival Love Me gibt es schon ewig. Das ist der in der Box. Den gibt es mindestens schon, seitdem ich YouTube mache. Und das ist auch schon einige Umdrehungen um die Sonne her. Man mag es kaum glauben. Es fühlt sich für mich immer noch an, als wäre es gestern gewesen. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch so an, als würde ich das Spektakel hier schon 20 Jahre machen. Weil ich einfach so viele Videos mache. Der Waikiki Bronzer, beziehungsweise der Tropical Bronzer von Rival Love Me in der Farbe Waikiki. Ich glaube, das ist der hellere. Es gibt ihn, glaube ich, oder es gab ihn zumindest, auch noch in dunkler. Das ist ein... Ich finde, 1 zu 1 Dupe zu Benefit. Dem Hula Bronzer wird ihm nicht gerecht, weil der besser ist als der Benefit Hula Bronzer. Der ist besser als der Hula Bronzer. Der ist ein bisschen zarter. Der ist nicht so schnell so fleckig. Der kostet, glaube ich, nur ein Zehntel von dem Hula Bronzer von Benefit. Und er riecht auch ganz, ganz toll. Ich kann den sehr, sehr gut als Bronzer benutzen. Man kann ihn als Konturprodukt benutzen, weil er auch nicht zu warm ist. Du kannst ihn als Lidschatten benutzen, weil er doch pigmentiert genug ist, um ihn da zu benutzen. Und ich benutze ihn einfach. Der hat ein bisschen Kickback. Aber das Schöne, und das muss ich sagen, ich war am Anfang immer so ein bisschen abgeneigt von dieser Verpackung, weil ich gedacht habe, boah, voll unpraktisch. Hier liegt auch normalerweise ein Pinsel mit drin. Muss man nicht benutzen. Kann man. Aber wenn man Kickback haben sollte, dann bleibt das hier drin und du verlierst das Produkt nicht. Ich arbeite das Produkt richtig schön in den Pinsel. Und ihr seht das, er ist gut pigmentiert. Und deswegen arbeite ich ihn auch erst in meine Hand ein, dass ich das Pigment ein bisschen mehr in den Pinsel kriege. Und dann gehe ich hier einfach so ein bisschen an meinen Schläfen, direkt auch hier schon in die Augenbraue lang und habe einen ganz zarten Hauch an Farbe. Ich kann das Ganze aufbauen und immer wieder mehr benutzen. Und was ich super gerne mache, ich zeige euch gleich eine neue Bronzertechnik. Einmal natürlich hier am Wangenknochen und auch so ein bisschen so benutzen, als wäre es ein Blush. Hier über der Augenbraue, weil das der Punkt ist, der meistens am höchsten im Gesicht ist. Hier an der Stirn. Und dann blende ich das Ganze, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn ihr kürzere Haare habt oder hellere Haare, das richtig schön in die Haarlinie. Und ein Punkt, der oft vergessen wird, die meisten betrifft es nicht, weil die meisten von euch 98% vermutlich keinen Bart haben. Aber zwischen dieser Haut hier im Gesicht und der Haut am Ohr ist Bart. Aber wenn ich diesen Teil hier nicht mit bronze, sieht das ganz, ganz schwierig aus. Deswegen nehme ich den Rest, den ich habe, hier hin und ziehe den dann hier so ein bisschen nach hinten. Wenn ihr auch keinen Bart habt, könnt ihr das Ganze hier so ein bisschen über der Oberlippe und an die Nase setzen. Und das Ergebnis ist so ein bisschen natürlicher gebronzt. Natürlich nicht im Sinne von, man sieht gar nicht, dass er oder sie Bronze hat, sondern dort, wo die Sonne wirklich bronzen würde oder bräunen würde, setzen wir den Bronzer auch hin. Der ist warm, der ist nicht zu warm, der hat eine ganz, ganz, ganz besondere Farbe. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ding kostet, ich glaube 3 Euro, vielleicht sind es mittlerweile 4 Euro. Das ist ein Witz. Und der hat 6 Gramm mit drin, das hält ewig, weil ihr natürlich auch wirklich niemals so viel Bronzer braucht. Er ist gut genug pigmentiert, sodass man ihn wirklich lange benutzen kann. Und ich weiß gar nicht, warum ich ihn so lange nicht mehr benutzt habe. Ich glaube, weil es einfach so viele andere Bronzer gibt, aber deswegen finde ich das Format eigentlich ganz schön, um zu schauen, welche Produkte würde ich sofort wieder kaufen. Und ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Schreibt, wenn ihr das Video seht, da muss ich ein ernstes Wort mit euch reden. Die Videos kriegen 20.000 bis 40.000 Aufrufe. Haben aber 100 Kommentare und nur 2.000 Daumen nach oben. Einmal den Daumen nach oben drücken und einfach nur ein Emoji in die Kommentare schreiben. Das hilft dem Algorithmus so, 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 so sehr. Ich weiß, man vergisst das oft, aber tut mir den Gefallen und macht das einfach. Das ist wirklich wichtig. Richtig frisch, oder? Richtig, richtig frisch. Also, große Bronzer-Empfehlung. Ich habe überlegt, okay, ein Blush. Blush ist ja so etwas, kann man natürlich auch auf den Wangen benutzen und auf den Augen benutzen. Aber, wenn ich etwas habe, was ich an den Augen, auf den Wangen und auf den Lippen benutze, ist das eine gute Sache. Und ich habe mich jetzt hier für die Vinyl-Inks von Maybelline entschieden. Weil, wenn man unterwegs ist, den Superstale-Vinyl-Ink kann ich so, so gut benutzen. Und der hat einen Auftritt-Effekt. Das ist mir halt so super wichtig, dass ich Produkte habe, mit denen ich sehr, sehr viel machen kann. Das sind ganz besondere Produkte. Und ich finde, dass Maybelline da eine ganz besondere Formulierung daraus gemacht hat. Ich swatche einmal. Die sehen auf der Hand, auf den Lippen ultra, ultra glossy aus. Die halten aber. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Du kannst ihn als Blush benutzen. Das mache ich jetzt gleich. Du kannst ihn sogar ein bisschen an den Augen benutzen. Oder natürlich auf den Lippen. Wir werden alles drei gleich machen. Ich nehme mir ein bisschen was hier auf den Handrücken. Und nehme einen Pinsel, wo schon etwas Foundation noch mit dran ist. Und nehme nur eine ganz, ganz kleine Menge. Und arbeite wirklich lange ein. Weil das ist super, super pigmentiert. Da muss man echt vorsichtig sein. Und selbst, wenn ich das eingeblendet habe, habe ich auf der Haut immer noch diesen leichten Schein. Und kann einfach ganz leicht. Zwei mal rüber. Boom. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Blush. Und, das ist das Schöne an der Farbe. Das ist nämlich die Farbe 55 Royal. Passend zum Krönungswochenende. Der ist vom Unterton ein bisschen kühler. Da ist ein großer Blauanteil drin. Und der passt dadurch sehr, sehr gut zu diesem Bronzer. Also der ist nicht so pink. Ich bin ja eh nicht so der größte Freund von pink. Eigentlich wollte ich darüber nicht reden. Aber ich habe mich da trotzdem drüber geärgert. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand mein Video benutzt hat. Und das, was ich gesagt habe, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. Obwohl es einfach nur ein, eine Hook war. Egal. Ich liebe diese Farbe als Blush. Kann den richtig schön auch in den Bronzer reinsetzen. Und ihr seht das, es ist absolut nicht fleckig. Wenn ihr den gut in den Pinsel einarbeitet, super. Funktioniert natürlich auch gut hier an den Augen. Auf der Nase mag ich das auch super gerne. Uh ja. Uh 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 uh. Es ist wieder Sommer, Freunde. Wir wissen, was das heißt. Ich muss wieder aussehen, als hätte ich einen Sonnenbrand bekommen. Und als wäre ich ein bisschen frisch. Obwohl ich so viel Lichtschutzfaktor im Gesicht habe, dass da gar kein Sonnenbrand entstehen kann. Sehr, 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 sehr schön. Und das ist halt der Vorteil an dieser Farbe. Ich habe überlegt, welche Farbe. Die 55 ist sehr gut. Vor allen Dingen auch, um alles zu benutzen. Dieser Blauanteil sieht sehr passend zu dem Bronzer mit aus. Und sieht so aus, als wäre das ein Produkt. Vom Finish her und von diesem Farbverlauf her. Bevor ich den auf den Lippen benutze. Ein anderes Produkt. Und das ist ein Eyebrow Styler. Ihr kennt mich mit meinen Augenbrauen. Ich benutze immer das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Und ich benutze meistens so einen ganz, ganz feinen Augenbrauenstift. Der ist auch gut. Das ist jetzt hier der von Max Factor. Super. Gibt es von Catrice, gibt es von Essence, gibt es von jeder Drogerie Marke mittlerweile. Aber ich habe mich jetzt ganz bewusst gegen einen Dünn entschieden. Weil ich hiermit mehr machen kann. Das ist der Eyebrow Stylist von Catrice in der Farbe 30. Okay, die Farbe ist bei mir perfekt für viele verschiedene Sachen. Ihr habt hinten erstmal einen großen Spoolie dran. Nicht so einen kleinen Spoolie. Meine Augenbrauen will ich jetzt nicht wachsen. Aber ihr habt hier hinten den Stift. Der ist recht dick. Und ich kann mir damit keine einzelnen Härchen reinmalen. Aber ich kann ganz schnell so ein bisschen Form reinbringen. Hier hinten einfach den Schwung vorne nicht so fest aufdrücken. Und habe eine gut geformte Augenbraue. Und dadurch, dass der so dick ist und die perfekte Farbe hat, liebe ich den als Lip Liner. Ich mache den vorher immer so ein bisschen warm. Entweder nehmt ein Feuerzeug oder einfach eine Hand. Und dann als Lip Liner. Das Schöne ist, der ist wasserfest. Der verrutscht also nicht. Der hält, ich finde, sogar noch besser als andere Lip Liner. Und deswegen mache ich das ja immer ganz gerne mit diesen Eyelinern oder Kajal Stiften. So ein Augenbrauenstift hat den Vorteil im Vergleich zum Kajal, dass die meistens sehr, sehr kühl sind. Und dann dadurch auch wieder sehr harmonisch sind. Ich nehme den Vinyl Ink. Setze mir den nur in die Mitte. Ich will den nicht so deckend haben, sondern nur ganz zart. Dadurch habe ich nämlich auch nicht dieses Super Glossy Finish. Wenn du den dick aufträgst wie ein Lippenstift, kommt dieser Glossy Effekt durch. Wenn du ihn nur so ganz, ganz leicht aufträgst. Vielleicht sogar mit dem Finger so ein bisschen einklopfst. Ist das Ganze ein bisschen matter, ein bisschen dunkler und super, super schön. Ich liebe es gerade. Dafür, dass ich mir diese Videoidee vor ein paar Minuten erst überlegt habe. Dachte aber, okay, welche Produkte, ne? Weiter geht es mit der Lidschattenpalette. Und auch da ist es super schwierig. Weil es gibt in der Drogerie, das finde ich ganz spannend. Es gibt in der Drogerie selber, in der Standardsortiment Theke, kaum noch Lidschattenpaletten, die immer da sind. Und ich habe jetzt hier von Essence die The Nude Edition. Das ist eine boring, boring, boring Lidschattenpalette. Aber du kannst super viel damit machen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eigentlich einen warmen Look machen wollte. Ich liebe aber dieses Kühle gerade. Ich glaube, dass die Farbe nicht deckend genug ist bei mir. Okay, ich muss jetzt hier ehrlich gesagt mal diesen grauen Ton benutzen. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. Und ich finde grauen Lidschatten super, super schön. Ich blinde den hier aus. Ich habe hier noch einen helleren grauen Ton mit drin. Warum ist grau nicht so beliebt? Tragt ihr grauen Lidschatten? Schauen wir uns das Gesamtbild mal an. Das ist ein sehr kühler Look. Eigentlich perfekt für den Herbst, wie ich finde. Eine Farbe aus bewegliche Lid. Ohne hier groß Primer oder so. Und ich habe einen sehr verführerischen Look. Ich kann den dann hier hinten noch so ein bisschen ausblenden. Fall out weg. Auch da bin ich ein bisschen überrascht, gerade wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das wird so ein richtiger typischer Maxim-Look. Aber nee. Schau mal. Fünf Drogerie-Produkte unter... Ich glaube, die Mascara kostet 12 Euro. Die habe ich sogar schon drauf. Das ist super. Ich bin ehrlich. Es ist ganz anders geworden, als ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Mascara habe ich die Maybelline Sky High Mascara. Habe ich schon drauf, weil ich vorhin gedreht habe damit. Ist eine geniale Mascara. Gibt es mittlerweile in Braun. Der Primer ist sehr, 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 sehr gut. Ich war ja so ein bisschen skeptisch. Mag ich sehr gerne. Ist eine Mascara, die kaufe ich immer wieder nach, seitdem es die gibt. Es gibt mittlerweile auch andere sehr, sehr gute in der Drogerie. Das ist aber eine Mascara, die einfach... Die werdet ihr vielleicht auch schon zu Hause haben. Und ich weiß auch, dass viele die wirklich sehr, sehr gut finden. Ich muss jetzt noch mal kurz über diesen Look sprechen, weil er einfach wirklich ganz anders geworden ist. als ich ihn antizipiert hatte. Umso schöner finde ich ihn, ehrlich gesagt. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr euch immer wieder nachkaufen würdet. Das sind meine Empfehlungen. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Und am Mittwoch sehen wir uns mit spannenden Neuheiten. Hier wieder. Passt auf euch auf.